Cara, du wartest auf uns. Okay. Was schreckst du? Stopp! Mitgefühl ist offenbar ein Fremdwort für den Mann, der sich zu 23 grausamen, ja bestialischen Morden bekannt hat. Und das passt nicht zusammen. Er hat ein Alibi. Jetzt hören Sie mal zu. Gesetz den Fall. Sie haben recht. Und Rapp hat Susanne Fischel nicht ermordet. Richtig, müssen wir den Fall neu aufrollen. Eigentlich wollen Sie hier doch raus. Wieso helfen Sie uns nicht einfach, die Sache zu klären? Sie könnten sie retten. Wen? Das wird der Opfer. Worab recht hat, hat er recht. Vielleicht kann er uns ernsthaft dabei helfen, Morde zu verhindern. Und soll mit dem Zusammenarbeiten ein Massenmörder? Serienmörder. Prezision, mein Bester. Er weiß ganz offensichtlich, wie der Täter tickt. Ich muss ihn markiert haben. Rapp hatte tatsächlich recht. Polizei! Leiser, jetzt wird's interessant. Wenn Sie den wahren Mörder finden wollen, dann brauchen Sie mich. Händen über den Kopf und umdrehen. Händen über den Kopf und umdrehen. Jeder weiß hier, wie völlig der ist. Ohne Rapps Hilfe hätten wir diese Verbindung nie gesehen. Jetzt möchtest du mich prügeln, hm? Ich verspreche dir, beides ist vorbei. Ich kann es nicht! Was für ein Finale. Ohne Rapp. Du hast una Sweh1. Ohne spice! Ja! OhneAAAAA! DATE! Sered!